... ... Ulrich? Sag mal, wo kaufst du eigentlich am liebsten ein? Am liebsten bei Edeka! Nein! Bei Edeka Kehlz! Ach, bei Edeka Kehlz! In Ratingen! Alright! Fleischwolf und los Placebos sind wieder am Start! Jawoll! Das war geil, Eiki! Meinen, der hat ihn verlehrt? Trömmelchen, was ist mit dir? Was auch mit? Ist die E? Geil! Trommelwirbel bitte! Hammer! Hast du noch so einen? Gute Gommeligkeit! Sehr geil! Eins, zwei, eins, drei, drei, vier! Du sagst! Wo ist das einfach so? Schöne für den Kopf! Nach der letzten Flutenscheibe hab ich mir noch mehr erhaut! Doch schon wieder Trompeten, so ihr auf Verletzplatte neuer! Der Trompeten muss hintergehen! Doch der Blatt läuft der Blatt kacke! Entfehlst du noch, dass irgendeiner Foxe sagt! Wir sind wieder nur am Saufen, Saufen, Saufen jeden Tag! Und diese vier Akkorde hab ich zuerst mal gehört! Jeder der das gut findet, ist total gestört! 880, das ist uns scheißegal! Wir sind zu langweilig, das ist uns scheißegal! Wir sind zu primitiv! Olalala! Geh auf zum Lachen in den Keller doch geh uns nicht auf den Sack! Wir sind der Verlauffort! Und abut duckt we49 als du! Und geben unserer Fans denGeb Platter leider zuruf! Jetzt in deine Argumentum steh' sie dir in den Arsch! We dich macht bes babe dich und lass' die Passiva! Alle, action, action! All right, let's go! Boah, seid ihr Assi? Aber geil! Guten Tag, mein Name ist Schneider. Ich kaufe wieder an ihr ein. Und dann geht's ein. Abnehmen zuerst. Ich bin der advance. Ich bin der erste Frage. Und dann... Ich bin der erste Frage.